Nachdem die Datei hochgeladen wurde, kann diese Datei bearbeitet werden. Dazu wird die YouTube-Internetseite aufgerufen und über die Anmeldung kommt man hier an dieses Auswahlmenü. Hier sind meine Videos. Hier ist Pram, welches nun mit Ankungen versehenden soll. Wir gleich zurück. Fortschrittsanzeige wieder zurückstellen. Über diese Schaltflächen wird noch mitgefügt. Diese Aufnahme ist nach der Zeichnung untergelegt. Hier kann ich an den Ecken anfassen. Die Schaltflächen verschieben. Schieße es hierher. Bitte kann ich in Rechte Farben zuordnen. Das machen wir jetzt mal blau. So, wenn diese so weit fertig ist, weiterfahren. An dieser Schaltfläche. Kabel ist ein Programm, welch die Aktivitäten auf dem Monitor und Videodatei braucht. Dieses Programm kann heruntergeladen werden von dieser Seite und dann los. Jetzt fahre ich wieder hier zurück. Wo bin ich sie zurück? Jetzt fügen wir hier eine neue Nozidu. Das kann man hier unten. Und jetzt machen wir eine neue Nozidu. An dieser Schaltfläche. Wir gehen auch für eine Falle. Dann ist nach die zweite Laptate. Und für zwei. Nächste Stelle, jetzt ist dieser Bereich zu groß gemacht, jetzt müssen wir in dieser Stelle zurückfahren. Dann wieder zurück. Nein, ich weiß es gut. Wir haben noch einen Feld. Und wir haben noch einen Feld. Und wir können noch einen Feld zurückfahren. Und wir können noch einen Feld zurückfahren. Und wir haben noch einen Feld, auf den Feld auf der Ebene Seite, So ist diese Zahl verletzt. 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 So ist diese Zahl verletzt.